Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bitcoin Update Video. Momentan trailen wir bei ungefähr 42.800 US-Dollar. Nachdem es gestern mal kurzfristig deutlich nach unten ging oder relativ flott, Long-Position wurde nicht abgeholt, kam dann die Recovery im Laufe des gestrigen Abends dann noch, beziehungsweise heute Nacht dann, beziehungsweise heute Morgen dann, bis in die Spitze auf knapp 42.900 US-Dollar. Jetzt stehen wir vor dem nächsten Widerstand. Wie es jetzt weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir hier noch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich auch gerne die Glocke aktivieren. Und wenn ihr Bock habt, kommt in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Dort kriegt ihr die aktuellsten Infos, ob Spotkäufe, Verkäufe, Trades, was weiß ich was, alles findet ihr da drin. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt auch gerne in die Talk-Gruppe rein. Ansonsten bietet BingX momentan noch ein paar Trading-Wettbewerbe zu Weihnachten. Da könnt ihr auch euch gerne noch registrieren. Läuft noch ein paar Tage und ein paar Preise auf jeden Fall abstauben. So, dann aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 42.800 US-Dollar. Wir sind gestern in der Spitze auf 41.850 US-Dollar gefallen. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass wir gestern noch überlegt haben, hier eine Long-Position an der Ineffizienz zu machen. Das wären die 41.760 gewesen. Ja, war mal wieder ein bisschen zu nah dran, beziehungsweise wollte ich es wieder ein bisschen zu perfekt haben. Position wurde um 60, 70 Dollar nicht abgeholt. Und deswegen können wir das jetzt erst einmal wegmachen. Der Plan war eben gestern hier das Golden Pocket zu long, weil ich hier nochmal damit gerechnet hätte, dass wir zumindest nachdem wir die Ineffizienz hier gefüllt haben, zumindest nochmal versuchen, hier eben nach oben hin das Golden Pocket anzulaufen. Und genau das ist jetzt eben passiert. Nur, dass die Position nicht abgeholt wurde. Wir sind jetzt hoch hier ans Golden Pocket reingekommen und haben derzeit wieder so ein bisschen den Widerstand vor uns. Das heißt, wir scheitern derzeit wieder so ein bisschen an einem höheren Hoch, was wir ja gestern auch schon so gesehen haben. Also ich mache jetzt mal ganz kurz hier das kleine Golden Pocket hier weg, wo wir dran gescheitert sind, damit es hier ein bisschen ordentlicher aussieht. Gestern haben wir zwar diesen Wicke gesehen oder gestern Nacht war es eher gestern Nacht diesen Wicke gesehen. Wir haben aber drunter geschlossen mit einer 4-Stunden-Candle. Das heißt, wir hatten leider keinen bullischen Close hier gehabt. Heißt grundsätzlich tieferes Hoch. Und daran hängen wir eben jetzt auch wieder. Um jetzt wirklich eine nachhaltige Recovery zu haben, beziehungsweise um wieder die Chancen auf einen größeren Pump steigen zu lassen, müssen wir auf jeden Fall mal mindestens ein Close über 42.800 US-Dollar schaffen. Ich meine 43.000 US-Dollar, 43.100 US-Dollar eher gesagt, mit einem 4-Stunden-Close. Und dann der nächste Step wären hier oben die 43.300 US-Dollar. Momentan, was mir ehrlich gesagt nicht so wirklich gut gefällt ist, ihr seht es hier unten, das Volumen ist hier deutlich, deutlich zurückgegangen. Und das trotz dieser Recovery. Und wenn wir das auch mal hier angucken, diesen letzten Pump, da ist das Volumen wenigstens noch angestiegen. Jetzt ist das Volumen deutlich am sinken. Also diese ganze Phase, die wir jetzt haben, gefällt mir derzeit überhaupt nicht. Die Märkte haben wir auch schon darüber gesprochen. Nasdaq, S&P 500, alle mit neuem All-Time-High. Auch hier habe ich gerade gesehen, dass aus den ETFs beim Nasdaq sehr, sehr viel Geld abgeflossen ist. Also ich wäre hier vorsichtig, jetzt hier noch irgendwie in eine Long-Position reinzugehen. Das Risiko derzeit ist deutlich, deutlich erhöht. Ich habe zwar gesagt, okay, die Korrektur sollte bis 26.12. stattfinden. Das sind jetzt noch sechs Tage. Börsentage haben wir jetzt noch drei vor uns. Das heißt heute, morgen und am Freitag. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer noch so dieses klitzekleine Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Dass wir noch irgendeinen FUD oder Ähnliches in den nächsten Tagen bekommen. Vielleicht sogar über Weihnachten, wer weiß das. Ich bilde mir sogar ein, wir hatten vor ein paar Jahren auch schon mal über Weihnachten irgendwas. Aber ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich da auch jetzt gerade. Aber ich weiß, wie gesagt, momentan rechne ich immer noch eher damit, dass diese Korrektur hier noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Ich rechne eher damit, dass wir hier eben nochmal runtergehen. Wie gesagt, ihr kennt die Marke 40.000 bis 37.500 US-Dollar oder 37.600 US-Dollar. Das sind momentan die Ziele, die ich mir gerne holen würde, bevor wir dann einen nachhaltigen ETF-Pump haben. Weil momentan natürlich, wie gesagt, Korrekturen müssen nicht sein. Eine Korrektur kann auch seitwärts verlaufen. Das sehen wir derzeit und das läuft jetzt seit circa, wenn wir hier unser Top mal mit reinnehmen, seit 5. Dezember. Also seit 15 Tagen Korrekturen. 15 bis 30 Tage würde schon ungefähr passen, wenn wir hier jetzt in den nächsten Tagen nochmal eine Korrektur sehen würden. Also bereitet euch mal drauf vor. Ob es 100% nicht kommt, werden wir dann erst einmal noch sehen. Momentan, wie gesagt, steigen wir wieder ein bisschen. Aber das Volumentechnische gefällt mir hier überhaupt nicht. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben dazu. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier haben wir auch gestern den Weg nicht ganz erfüllt. Also ich war gestern wahrscheinlich ein bisschen wieder zu genau. Diesen WIC, wo ich gestern noch drüber gesprochen habe, mit der sehr, sehr viel Liquidität verbunden ist in diesem WIC, beziehungsweise mit dieser Recovery, wurde nicht geholt. Wir sind hier bereits in der 1-Stunden-Demand-Zone. Die zeichnen euch mal ganz kurz ein. Einfach so ein bisschen als Lerneffekt. Das war dieser Bereich. Da sind wir bereits wieder umgekehrt und pumpen jetzt derzeit nach oben. Golden Pocket haben wir jetzt gerade durchbrochen mit der 1-Stunden-Kendel. Aber wie gesagt, wir haben hier noch so eine kleine Ineffizienz. Die sehen wir vor allem auf dem 4-Stunden-Timeframe. Das heißt, der Kurs hat hier noch Potenzial bis ungefähr 2.230 US-Dollar, bevor dann mit einer möglichen Kehrtwende zu rechnen ist. Auch hier ist aber das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Sollten wir hier zumindest mal ein 4-Stunden-Close über 2.250, beziehungsweise hier oben 2.257 US-Dollar schaffen, sieht das Ganze dann schon wieder deutlich anders aus, weil wir dann zumindest mal die Abwärtsbewegung gestoppt hätten. Dann noch ein höheres Tief. Dann können wir auch weiter steigen. Aber daran scheitert es momentan. Also Bitcoin 43.300 US-Dollar. Dann wären wir wahrscheinlich erstmal fein raus. Und bei Ethereum würde ich sagen, zumindest einmal die 2.257 und dann mit dem nächsten Step dann hier oben nochmal die Ineffizienz bis 2.322 US-Dollar durchbrechen. Also wie gesagt, momentan, ich traue diesen ganzen Markt nicht wirklich von der Stelle. Es ist mir zu wenig Impulsivität dafür, dass ein Bitcoin ETF möglicherweise vor der Tür steht, der bald kommen sollte. und vom Korrekturpotenzial. Wenn wir uns jetzt mal ganz kurz auf dem Daily-Timeframe hier uns das angucken. Wir hatten noch keine riesige, riesige bullische Daily-Candles. Wir hatten aber auch noch keine fette, fette Korrektur. Oder diese Flash-Crash-Korrekturen. Ich weiß nicht, wer von euch alles beim letzten Bullrun dabei war, aber da waren halt so Korrekturen 10-15% innerhalb von ein paar Stunden. Absolut normal. Und die fehlen mir derzeit noch ein bisschen. Muss nicht kommen, aber trübt vielleicht so bei mir momentan noch so ein bisschen den Schein. Warten wir es einfach ab. Ansonsten, wie gesagt, die Stockmärkte weiterhin absolut bullisch. Wir haben darüber gesprochen, neues All-Time-High beim Nasdaq. Das wurde jetzt mittlerweile erreicht um ein paar Dollar. Beim S&P 500 stehen wir noch kurz davor. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir einen Dow Jones. Dow Jones ballert auch immer weiter weiter nach oben. Also, goldrichtige Entscheidung, dass wir hier nicht weiter shorten. Und beim DAX sind wir eben weiterhin short. Und hier tut sich derzeit einfach noch gar nichts. Warten wir einfach noch mal ein bisschen ab. Goldtrade auch in der Hinterhand. Erinnert euch vielleicht noch dran. 2060 bis 2070. Das sind so für mich momentan so ein bisschen die Umkehr-Formationen, wo ich dann noch mal einen Short reinhatchen würde. Ansonsten bleibt von meiner Seite aus ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen. Altcoin-Update-Video, habe ich schon gesehen, wurden wieder ein, zwei Wünsche genannt. Ich bin hier derzeit noch ein bisschen vorsichtig. Ich möchte euch jetzt nicht hier, ich habe es gestern schon gesagt, in irgendwelche Positionen reinjagen. Da bin ich jetzt einfach nicht der Typ für. Wir warten lieber jetzt mal ein bisschen ab. Und sollte dann ein Pump kommen und die folgende Korrektur, dann können wir immer noch einsteigen. Also, versucht nicht unbedingt FOMO jetzt zu erzeugen. Muss nicht sein in der zeitlichen Phase. Wir haben auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Ich kaufe übrigens weiterhin BTC tagtäglich ein. Also, daran hat sich nichts geändert. Sobald ich da wieder irgendwelche Updates geben werde, oder sich daran irgendwas ändern sollte, werde ich auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe Bescheid geben. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen früh zu einem kleinen Update wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick. Und wie immer, stay quick.